Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich versuchen, ein dämonisches Auge zu erstellen. Dazu habe ich mir hier dieses Auge gerichtet. Es ist ein hochauflösendes Auge. Den Link dazu gebe ich in die Beschreibung des Videos mit hinein. Das Foto steht allerdings unter einer Creative Common Lizenz. Das könnt ihr alles in der Beschreibung nachlesen. Dazu habe ich mir hier ein Alligator-Auge gerichtet und auch eine Roststruktur. Die findet ihr auf Pixabay. Dazu habe ich euch auch den Link in die Beschreibung des Videos mit hinein gegeben. Den Alligator findet ihr wohl auch dort. Die Schwierigkeit bei der Geschichte ist, wenn man hier dieses Auge von diesem Alligator einfügen möchte, dann ist es natürlich von den Farben her ein Riesenproblem, das anzugleichen. Und das wird nicht ganz gelingen, kann ich gleich schon sagen. Aber ich werde mir große Mühe geben, das so einigermaßen hinzubiegen. Ich habe kein besseres Auge gefunden, das sich da farblich besser anpassen lässt. Wenn ihr was Besseres findet, nehmt einfach das. Ja, ok. Also, als allererstes, wenn wir hingehen, werden dieses Auge zweimal duplizieren. Normal reicht auch einmal, aber ich dupliziere es jetzt einfach zweimal. Gehe auf Farben, gehen wir auf Farben, einfärben. Und hier nehmen wir einen Wert von 28 und hier einen Wert von 25. Also beim Farbton 28 und bei Sättigung 25 und bestätigen mit OK. Nun werden wir dieses Auge duplizieren und stellen hier unseren Ebenenmodus auf. Multiplizieren. Rechte, wir werden das jetzt hier vereinen, rechte Maustaste nach unten vereinen. Was ich jetzt mache ist, ich werde hier das so ein bisschen aufhellen. Schauen wir mal, wie es bei Auto aussieht, das gefällt mir nicht. Also gehen wir hier hin und nehmen hier bei dem hellen Bereich den Schieber und ziehen den uns ein bisschen nach rechts, beziehungsweise nach links. Und ich würde sagen, so sieht das schon mal ganz gut aus. Vielleicht können wir das noch über Kurven ein wenig auffällen. Hier in dem unteren, in den dunkleren Bereichen. Und ich würde sagen, vielleicht so in der Richtung in etwa. Was wir jetzt machen ist, wir gehen nochmal auf Filter, verbessern, unscharfen, maskieren und lassen einfach hier standardmäßig diesen unscharf maskieren Filter drüber laufen und widmen uns jetzt diesem Auge hier. Das Grün hier in den Augen, das möchte ich natürlich erhalten. Deshalb werden wir jetzt einfach mal hingehen. Ich dupliziere das Auge nochmal. Wenn wir hingehen, schalten hier oder machen erstmal auf 100 in etwa. Genau, dass wir das mal richtig sehen hier. Und schalten hier unten mit dem Schalter unsere Schnellmaske zu. Nun nehmen wir uns den Radierer. Ich nehme hier eine 0,75er Pinselspitze und stelle jetzt hier einmal das Auge frei. So einigermaßen. Ja. Also das sollte schon einigermaßen genau sein. Wenn es irgendwie geht. Noch ein bisschen hier. Und ja. Okay. Und dann füllen wir das hier ganz aus. Nun deaktivieren wir unsere Ebenenmaske. Können wir jetzt mal sehen, was wir hier so gemacht haben. Vielleicht schalten wir es nochmal ein und nehmen hier unten auch noch so ein bisschen weg. Bei der Ebenenmaske sage ich schon, bei der Schnellmaske. Bei der Schnellmaske ist es halt schön, wenn man da mal drüber fährt, kann man, wenn man die weiße Farbe nach vorne bringt, das wieder zurückholen. Ja. Also entsteht kein großer Schaden. Oder überhaupt keiner. Sozusagen. Okay. Also jetzt deaktivieren wir wieder unsere Maske und jetzt haben wir hier unsere marschierenden Ameisen. Also unsere Auswahl. Natürlich klicken wir hier auf die obere Ebene, dass die markiert ist. Und gehen nun hin. Auswahl und invertieren diese Auswahl. Das heißt, jetzt haben wir den Hintergrund ausgewählt. Gehen wir erstmal zurück hier und nehmen uns unsere Pipette und nehmen uns hier mal eine Farbe weg, um das Auge hier ein bisschen abzudunkeln. Ich habe jetzt hier ein bisschen dunkleres Braun genommen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Jetzt werden wir hier eine transparente Ebene hinzufügen und ziehen uns hier dieses Braun, das wir soeben abgenommen haben, hinein und stellen unseren Ebenenmodus auf Farbe. So, jetzt haben wir das so ein bisschen angeglichen. Erscheint ähnlich. Gehen wir mal hin. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Und jetzt werden wir erst einmal Auswahl nichts machen. So, jetzt haben wir unser grünes Auge hier erhalten und haben versucht, hier außen herum die Alligatorhaut dementsprechend dem Auge hier anzupassen. Was nicht ganz gelingen wird, was ich schon am Anfang gesagt habe. Nun nehmen wir hier unser Lasso-Werkzeug und ziehen uns hier eine Auswahl. Das sollte schon einigermaßen aussehen hier. Vielleicht so. Schauen wir mal. Wenn uns das nicht gleich auf Anhieb gelingt, können wir das ja nochmal machen. Jetzt haben wir die Auswahl getroffen. Jetzt gehen wir auf Ctrl-C und markieren hier unser Auge. Ctrl-V Jetzt haben wir das hier eingefügt und stellen fest, naja, so einigermaßen hat es geklappt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass das Auge zum Anpassen sozusagen gespiegelt werden muss. Deshalb gehen wir hier hin und nehmen unser Flip-Tool, also unser Flip-Werkzeug. Wie nennt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ihr wisst das. Und wir nehmen hier dann unser vereinigtes Transformationswerkzeug und ziehen jetzt erst einmal hier so einigermaßen das hinein. Schauen wir mal, wie das aussieht im Einzelnen. So, das wird natürlich ein bisschen größer, aber das macht dann in dem Fall nichts. Drehen wir das noch ein bisschen. Vielleicht so. Und probieren wir es mal, wie es aussieht. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist schon ganz gut geworden. Und jetzt machen wir hier über diesen Schalter die schwebende Ebene zur festen Ebene und fügen sie dem Ebenenstapel hinzu. Jetzt haben wir die Möglichkeit, erst einmal rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebene auf Bildgröße, Entschuldigung, und wir können jetzt einmal einfach das Reptilienauge nach unten bringen, rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, schwarz, volle Transparenz. So, jetzt haben wir unten die untere Ebene sichtbar gemacht, können jetzt hier die Standardfarben wieder standardmäßig einstellen über dieses Symbol hier, nehmen uns einen Pinsel, ich habe immer noch die 75er Pinselspitze, und jetzt schauen wir mal, ups, dass wir mal auf diese Ebenenmaske kommen, und mit schwarz geht es natürlich nicht, ja, sondern nur mit weiß ist ja logisch, weil, ne, die Ebenenmaske ist schwarz, man ist das ja gewohnt, dass man immer irgendwie mit weiß da was macht, und nun versuchen wir mal hier, so herum, einigermaßen die Wimpern wieder herauszuholen, dass der Übergang nicht ganz so krass ist, ja, einigermaßen, so hier, so ein bisschen, die Wimpern freistellen, das war ein bisschen viel, macht aber nichts, können wir ja aufgrund der Tatsache, dass wir hier, äh, eine Ebenenmaske haben, wieder zurückholen, hier, ja, so, drehen das wieder um, dass wir das weiß vorne haben, und, ja, jetzt weiß ich nicht genau, ich würde sagen, ich lasse das mal hier in der Ecke auch drin, einfach so, so, und jetzt im unteren Bereich hier, müssen wir auch noch ein bisschen mehr, manchmal wieder ein bisschen größer, ein bisschen mehr freistellen hier, von den Wimpern, dann nehmen wir wieder so ein bisschen, von dieser, von diesem Reptilien, von dieser Reptilienhaut weg, von diesem Alligator, den wir da gerichtet haben, und, jetzt kommt man der Sache schon langsam näher, hier vielleicht noch so ein bisschen wegnehmen, schauen wir mal, das war vielleicht ein kleines bisschen viel, aber, man muss schon ein bisschen, das einigermaßen machen, äh, sonst sieht es nicht gut aus, das war nichts, machen das wieder ein bisschen kleiner, und holen uns hier das wieder zurück, Jo, ich würde sagen, das sieht schon einigermaßen aus hier, äh, lassen wir das mal so, und jetzt holen wir uns, komplett, das zurück, was wir vorher gerichtet haben, an Auge, und haben jetzt so einigermaßen, dieses Reptilienauge eingepasst, ich würde sagen, das können wir schon so lassen, das sieht ganz gut aus, im nächsten Schritt gehen wir hin, nehmen erstmal unser normales Werkzeug hier, wie nennt man das, Verschiebenwerkzeug, rechte Maustaste, gehen hier hin auf diese Textur, auf diese Rosttextur, rechte Maustaste, bearbeiten, kopieren, rechte Maustaste bearbeiten, einfügen als, neue Ebene, rechte Maustaste auf diese obere, soeben eingefügte Ebene, Ebene auf Bildgröße, nun können wir hier, über den Multiplizieren Modus, und, ja, diesen Monster, Dämonenauge, Crunch-Effekt, oder wie auch immer man das nennen mag, erzeugen, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft, weil wir wollen ja jetzt noch hingehen, nehmen uns hier unseren Pinsel, machen den ein bisschen kleiner, und stellen uns erst einmal, mit 100% wird das nichts, Sondern wir wollen das hier schon, so ein bisschen, an den Kanten, einigermaßen weich, im Übergang, haben, und, so, jetzt haben wir das wieder zurückgeholt, okay, ja, vielleicht so noch ein bisschen, immer schön, ihr macht das natürlich viel besser als ich, ist klar, nicht, okay, da oben sehe ich noch, da ist noch so ein bisschen, was, was man freistellen kann, ok, nun würde ich vorschlagen, rechte Maustaste, vielleicht duplizieren wir die Ebene hier noch einmal, schalten wir hier unten aus, rechte Maustaste, auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen, ja, jetzt können wir hingehen, könnt ihr hier noch ein bisschen mit Schärfefiltern arbeiten, und so weiter, vielleicht auch ein bisschen mit, noch mit dem Touch & Burn Tool, mal schauen wir mal hier, ob wir hier noch so ein bisschen, das abdunkeln können in dem Bereich, ja, ne, also so, dann ist der Übergang nicht mehr ganz so hart, ja, und, hier auch, ein bisschen, schon passt sich das besser ein, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu rot wird hier, ein bisschen, so, weil hier auch so, ein spezieller, wie sagt man, da war das so, ein spezieller Glanz, den haben wir jetzt hier mit weggenommen, jetzt gehen wir mal auf Filter, Gimic, malen uns das hier mal groß, und gehen mal auf Testing, und suchen uns hier, ein Ferguson, nein, den nehmen wir nicht, obwohl den könnte man nehmen, da könnte man nämlich so ein Skin Red Touch machen, aber das machen wir nicht, sondern wir nehmen den Garage Coder, und hier haben wir Sharpen Tones, Entschuldigung, wenn wir den hier standardmäßig benutzen, dann bringt das hier so die Struktur noch so ein bisschen nach vorne, und durch das, dass die Farben ein bisschen einfach nach vorne gebracht werden, ich finde, das sieht schon ganz gut aus, jetzt können wir nochmal Filter, Gimic, erneut anzeigen, und gehen hier auf Details, und nehmen uns hier Dynamic Range Increase, und auch hier sieht man, wird das so ein bisschen nach vorne gebracht, und bestätigen hier mal mit OK, hat ein bisschen gedauert eben, weil, wie gesagt, ich arbeite hier auf 16 oder 32, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was wir jetzt noch machen können, ist, wir können hier über Farben, Werte, das Ganze noch so ein bisschen aufhellen, wenn wir wollen, und vielleicht hier noch ein bisschen abdunkeln in den Mitten, es wird mir zu rot einfach, ja, lassen wir das so, machen wir hier auf 1, und hier auf, ziehen wir das noch so ein bisschen auf, so, wenn wir jetzt wollen, können wir noch einfach auf Filter gehen, Gimic, und können mal schauen, ob wir bei Lights and Shadows mit Dodge and Burn noch so ein bisschen weiter kommen, das wird mir hier auch viel zu dunkel, deswegen lassen wir das sein, ich würde vorschlagen, so könnte man es lassen, macht es mal auf 67%, damit man das mal genau sieht, hier, Original, Auge, dämonisches Auge, ich hoffe, mein Tutorial hat euch Freude bereitet, wenn es euch Spaß gemacht hat, baut es nach, macht es besser als ich, vielleicht habt ihr, Lust und Laune, mir einen Daumen nach oben zu geben, und meinen Kanal weiter zu empfehlen, und vielleicht mir auch einen Kommentar zu schreiben, und für die Neuen, die hergekommen sind, wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst mir doch ein Abo da, das würde mich sehr freuen, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.